Ja, du Arsch. Komm her. Ah, das muss ich nicht mehr ganz zu passen, das ist nicht getroffen, was hier. So, das passt schon. Komm her, hier noch. Okay. Ah, diese Werkzeugbeutel muss ich noch sammeln, da fehlen mir nur 6. Oh, gewurzelt. Ach, wir heilen uns mal wieder etwas. Ich habe ein Bier. Na ja, Bier. Ich glaube, wenn ich meine Öre hier hinten ging, das irgendwie zu dem Tempel, glaube ich. Ich weiß, ich kriege ja die Moorleichen jetzt tot. Okay. Ah, hier was. Ich finde die Atmosphäre einfach nur cool in dem Spiel. Dieses petrolische düstere. Das ist auf jeden Fall... Ah, verdammt. Jawohl, schenk ich jetzt nicht rein. Mal gucken, ob hier ohne Eingang ist. Ich glaube hier war nichts. Hier geht es zwar rein, aber man kann nur von den Eingang da von oben kommen. Also ich habe definitiv etwas verpasst. Irgendwo müsste hier der Eingang sein. Ich glaube hier hinter uns. Ich glaube hier hinter uns. Ja, da war das. Gut versteckt. Dort ist das glaube ich auch. Jetzt schauen wir mal was hier vor sich geht. Dann müssen wir uns nicht mehr bequatschen. Das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt müssen wir noch diese Büste einführen hier. Und diese Dioden suchen da unten. Woher wird das gleiche? Hier werden wir die Frischmärzte, wenn die Frischmärzte. Und das ist das. Aber ich glaube, das ist das ist für die Frischmärzte. Oh nein. Das ist das eigentlich für die Frischmärzte. Und das wäre wirklich für die Frischmärzte zu kommen. Jetzt geht's weiter. Brauchst du jetzt noch mehr Büsten? Dann kannst du die wieder mitnehmen. Das ist doch eine schlechte Idee. Dammit! Was soll ich denn sonst noch mitnehmen? Guck mal, das ist Talscheibe. Ich habe ja hier sonst nichts weiter gefunden, denke ich mal. Ah, verdammt. Okay, wir gehen mal dorthin, wo dieser trottelige Ghoul war. Da hinten. Hoffen wir, dass die totgehen zusammen mit... ... hat das Skelett besiegen wir als erstes Mal haben. Hier ist gar nichts drin. Die Mondlinge. Cool Sache. Zwei Handschwert. Magische Heilung und eine Hormdurchschwung. Okay. Kannst du dir natürlich öffnen lassen. ... 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 Ich logge die einfach mal mit hier zu den Kollegen vorher, da können die sich mit rumkloppen hören. Ja, Kollege. Das ist so schwer. da auch aus der Straße diese missfieser die hauern ja immer noch übelst zu die magie vor allem Oh, da müssen wir vorbei, irgendwie. Das ist mir natürlich nur vier oder fünfmal aneinander treffen, das ist. Okay, hauen wir lieber ab. Die Ombro ist immer noch dran. Sparge oben. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich hoffe, der A ist Handigall zu viel dagegen. Nein, die haben in Ähnung gebracht. Adam! Nein! Na gut, solange der Düter noch lebt, ist mir das eh egal. Scheiße, Adam! Ich dachte eigentlich, Adam ist der stärker von dem Wehen. Aber egal. Ist eigentlich ein lauter Feuer. Gibt's kein lauter Feuer, schade.